Ja, ne, weißt du? Und den? Und den? Und den. Und mit diesen schönen Worten sag ich auch mal Hallo und jetzt Willkommen zu einer neuen Folge Remusik Siegich Rang mit Fabian von Rabian Gaming. Hola, Signore. Mexikanisch, beginnt er, er lernt schon mal Mexikanisch. Hola, Signore. Hola. Mexikanisch, Alter. Nee, gar nicht. Gar nicht, Mann. Gar nicht. Oh, nee, weh, das ist das lange Warten von vorgestern. Was hat der denn immer mit seinen E's, Alter? Warum sind denn immer die E's bei dem so groß? Man macht immer große E's. Do you like the letter E? Chuck Liddle, the Iceman. Need to use your drone to locate a bomb. Okay, Männer, lokalisiert die Bombe, wir brauchen sie. Nicht. Ah, ah. Ah. Die sind oben, Kinderzimmer. Sorry for my bed, England. Die sind Kinderzimmer. So, tata, tata, tata. Loll, alle auf dem Gang, diese Drecksäcke. Ich geh da oben. Bist du Sniper? Ja. Also ich hab keinen Sniper, aber ich hab äh... A cock, wie sie... Wir haben aber einen Sniper. Der Fondermann ist 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 Sniper. Ist das jetzt ein Glas hier? Oder so am Tor. nicht sterben ja ja ich muss sogar bei dem class rein und bin ich tot was er sich drückt ich halte lehrt das was macht er rutscht einfach nach vorne weg gefällt darunter ich habe geist gemacht er hat es einfach umgenietet denke ja was denn jetzt sollst du einfach nur den defuser aufheben sonst habe ich hier hoch ist von der mann gestorben was ballert ihr warte fack jetzt habe ich die ganze action verpasst mann der hat die meisten ich habe gar keinen ich habe einfach nur vom fenster runter geschmissen soll nach 3 von holland weil man ja und an die ich holland holland wir gehen wir mal in den landen holland jahren ee 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 hähä jib miem aber auch gar nicht im keller online Nein, das war... Also eine Bombe finden sollte auf jeden Fall, wenn sie... Ich brauche noch Ramore, ich brauche noch Ramore... Ich muss er früh auf die Idee. Egal, was macht der da, wenn der uns umbringt. Der Füße ist oben auf dem Dach. Das bringt ihn sehr viel. Und der Claire schießt auf mich, der trifft mich irgendwie nicht. Äh, was war das? Die wissen aber schon, wo das objective ist, oder? Was war das gerade? Die Hilfe braucht, sagt was, gell? Der Claire schießt hier irgendwie... Eiskalt irgendwo mit der Bumper rum. Eiskalt, glasklar. Der Claire? Ich sag's nicht, nein. Wir machen ja keine Werbung mehr. Wer sind die überhaupt alle? Alter, die Asche ist irgendwo oben. Ich weiß, wo oben. Wenn du jetzt aber hochkommst, gerade durch. Ich weiß. Ich habe sie gerade gejagt. Aber irgendwie trifft sie mich nicht, obwohl ich da... Doch, jetzt hast sie mich getroffen. Jetzt, wo ich beim Loch stand. Davor hat sie mich nicht getroffen. Oh Gott. Wo hat sie gelegt? Oh Gott. Über dir wenn du... Ich weiß noch nicht, wo der Claire ist, denn da hab ich bis heute nicht gesehen. Die haben nur die Schüsselform gesehen. Links ist, glaub ich, die Asche. Ne, es war der Claire. Das hier Asche. mission failure das ist mal ein spinnungsans ins in den kuppen Hoffentlich gehen sie wieder hoch. Doch das kann möglich sein, die haben ja verloren die Runde. Die Runde haben sie ja verloren. Wo ich denn vom Dach gefallen bin? Oh, oh. Eins in den Keller, super. Die legen jetzt die Arme. Wir haben kein Zarmheit, super. Hey! Ja, und der Kreisbergbeard. Die E-A-B ist unten schon. Die Karreisen greifen wir an. Die E-A-B ist unten schon. B-A-B ist unten. Die Karreisen greifen wir an. im handelssohn der drecksack da ist einer der unten ich hab nur noch 10 AP deswegen ich hab das schon erfahren dass da einer ist was mit dem fenster ein mann markier doch nicht die pflanze du scheißteil da ist keiner i come to you cypher es ist kalt es ist kein meter was voll betort was wir gehen da ahlack alter der wollte dich töten und hat mich währenddessen noch getötet super ach guck mal meine blutspur an der band ist da alles klar da ist der Dorn wurde da 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 der ist alles der Hier, er bringt es fest. Ich hab keine Ahnung, ich bleib hier. Lol, der ist was umgegangen. Ja, der kann er aufheben. Warum verwalten die wieder? Hat er gar keinen Sinn. Doch, da gibt es Punkte dafür. Ja, Mann, ich nehm Rekut. Ja, Mann, man könnte was anderes gescheites werden. Ich lass mir den Kinderbettraum. Wie kann man snipen? Muss, ich brauche, ich brauche sie zum Sniper machen. Muss, ich brauche, ich brauche sie zum Sniper machen. Reloading. Oh, ne, doch. Ich muss gerade auf dumme Gedanken kommen, dann... Warum ist da ein Loch im Fenster? Wenn ich gucken kann. Wenn man wieder snipen kann. Wenn man wieder zum Haaren verpasst. Mach die Brille wieder zu. Mach zu, mach zu. Mach zu, mach zu. Mach ich auch gerade. Die Fuse ist irgendwo. Da ist ein Bomb. Der Fuse ist irgendwo. immer weiter von oben habe die schaden gekriegt Jemand hat ja ein bisschen geschrien. Ah, jetzt war eine da. Super. Oh, sie hat mich schon gesehen da. Oh, 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 wow, lol. Aber gar nicht in die Richtung, aber gut. Ash ist auf der Snipe-Platform. Was ist das? Ja, die muss doch angreifen. In den Bläck. Ich weiß, ich bin der beste Dindian. Heilig sein, die Kühe. Das sieht nicht gut aus. Hast du Granaten, oder? Alter! Alter! Der hat jetzt auf mich geschossen, Alter! Keiner! Natürlich hat einer auf mich geschossen. Ich glaube, Team-Header hat auf mich geschossen, oder? Ich habe nicht auf mich geschossen, oder? Ich habe nicht auf mich geschossen, oder? Ich habe nicht auf einmal gestern 40 Schaden gekriegt. Ohho-hoho. Let's do this again, guys! hat jemand erwarten ich kann nur nachnehmen Termite war auch ein ACOG ist gut für mich hat er ein ACOG eine Idee ist es amt die falsche Tasse ich hab als P gedrückt P passiert aber nicht das wir können wissen wie der Fuss eigentlich aus ohne seine Maske zu nicht viel sich da Willkommen zu einer neuen Folge, let's wade. So. You need to use your drone to locate the bomb. You need a drone to locate the bomb. No. The bombs. The bomb. Oh, Junge. Oben. I go to the bottom. Kinderzimmer. Stay downstairs, stay downstairs. Stop, stop. Ja. Juhu. Ich darf snipen. Ah, erstmal den Bennett in den Arsch springt. Nein, verdammt. Ja, der hat die andere. Juhu, ich darf snipen. Juhu. Da ist der Mute. Juhu. Du snipest. Du snipest. Ich habe Glass genommen. Kommst du mit auf die Schleife? ja oder willst du von der plattform aus nein da bin ich hier von dem garagen dach weil ich bin hier drüben ich kann aber ein bisschen seitlich rein zu fenster wenn da mal einer aufmachen würde ich bin seitlich von euch zu wohnen dabei ende da war das dach zu ende verdammt sind drüben also ich habe in der Füße verdammt das ist so was ich finde aber hat eingetötet ich bin tot ich dachte ihr snipe da rein ja die Fotze hat hier die Fotze jetzt sind wieder die anderen schuld ja was ja was ja so ein Schleck ich will Ash gerne töten es wäre sehr nett wenn ihr mal da reingehen würdet weil der kriegt das so nett geschissen weil der Müller immer noch da drin steht und keine mensch danach guckt da mach ich es an go to the fucking defuser man wo steht da alter ist ein Loch in der Wand das kannst du geil übersehen dieses dicke Loch boah der fliegt glaube ich gleich während es geht netter rechts von dir echt ja genau da ist jetzt geil man sieht nichts mehr da ist das Loch genau jetzt da siehst du eines da ist der ja der hockt ja schon ah ja der Spass geht ja nicht weg da man warum geht der nicht zur Bombe man dann warum trifft er einen Smog da rein weil der dumm ist weil der nicht kapiert was er machen soll ah ne jetzt ist der eine raus wegen dem gegen wem weil der von dem Mann der 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 wenn ich es auch gescheit gespielt hat der ist raus weil der weil der der Ash von dem nichts gebremsen hat ist es hat keinen Sinn doch jetzt sind wir da Gott sei dank mit dem kannst du wenigstens das spielneu reisen mit dem kannst du wenigstens das spielneu reisen Alter, die Runde dürfen ja mitspielen, toll. Ich hasse Bomben, Alter. Ich hasse Bomben. Ich kann mir vorstellen, dass die Handfahrt jetzt voll abgegangen ist wegen dem Ash. Oh, warte mal. Oh, der ist jetzt so pissed auf den Kerl, der jetzt da voll abgeht. Ich bin ein bisschen geklappt. Haben die den getötet? Ah, er hat den getötet mit einem Schuss. Ein Schuss mit der Pistole, Hauptkopfschuss, tot. Jetzt beschwert er sich, warum er mit einem Schuss tot war. Ich bin ein Schuss. Der hat ja nicht bei mir gefust, der hat bei euch da oben irgendwo gefust. Hier unten kann er nur durch ein Fenster füsen. Ja, dann habe ich alle mit... ...signite Schrupter geruppt. Jammed. Komm, irgendwo rein. Irgendwo bei dir, glaube ich. Ach so. Oh, der Kollege Schnürschuh ist ja da ohne Tod. Alter, da stehen sie doch. Nein! Ich wollte den Muter. Ne, den Mutern. Den Thatcher. Der Thatcher wartet direkt unten in der Ecke. ganz eng. Ichечно zu helfen, mich und da Kartoffelnner zu verhindern wie bei einem Übrigen aus dem D.O.T. Trott. Aber ich sage, wenn wir mal unsere Aufnahme-Session beenden für heute... Bis ins Bett. Ja, gut. Und wieder geht die Rangt an, das so dämlich dieses Spielen im Rang-System. Ah.